Wir haben einen wahren Meilenstein erreicht, nämlich die Ausgabe 81 der originalen Marvel-Star-Wars-Comic-Reihe, die 1977 gestartet war, mit dem Erscheinen des ersten Star-Wars-Films. Und jetzt haben wir hier die erste veröffentlichte Geschichte nach den Ereignissen in der Trilogie. Es ist ein großes Ereignis und ich weiß nicht, ich konnte es nicht herausfinden, wie gut sich diese Ausgabe verkauft hat. Und ich würde schätzen sehr gut, denn Rückkehr der Jedi-Ritter kam gerade raus. Und dann, boom, hier ist es eine Story, die direkt danach spielt. Mit dem Titel, ein Toter kehrt zurück. Im Original, Jarvas of Doom. Oh Junge, wo fange ich an mit dieser Story? Gleich vorweg, ich weiß nicht mal, ob ich sie gut oder schlecht nennen würde. Geschrieben von Mary Jo Duffy und ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Duffys Arbeit. Ich denke, sie ist eine unterschätzte Autorin und ich denke, als sie die Comics übernahm, wurde die Reihe richtig, richtig gut. Aber das erneute Lesen von Ein Toter kehrt zurück lässt mich zwiegespalten zurück. Wir haben hier gutes Zeug drin, definitiv. Aber auch albern ist. Und ich weiß nicht, ob mir das hier wirklich so gefällt, als die erste Story nach die Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber gehen wir mal auf die Story ein. Wir befinden uns direkt nach der Schlacht von Endor. Es wird nicht gesagt, wie lange. Es ist impliziert, dass es quasi der nächste Tag ist. Das klappt nicht mit späterer Kontinuität mit dem Roman Der Pakt von Bakura. Aber das ist hier nicht direkt klargestellt. Es gibt genug Raum, dass man beide Storys zusammenpacken kann. Also das funktioniert schon. Zu einem größeren Kontinuitätsproblem kommen wir dann gleich. Die Story beginnt ziemlich witzig, dass Han sich von einem Rebellenpiloten ein bisschen Geld leihen will. Aber der Rebell denkt sich, ach Han ist so ein Bastard, ich leide dir kein Geld. Und Han versucht sich selbst wiederzufinden. Es ist sehr viel auf einmal passiert. Er war in Karbonit eingefroren. Er hat Monate seines Lebens verloren. Ein ganzes Jahr mehr oder weniger. Und dann ist so viel auf einmal passiert mit den Ereignissen von der Rückkehr der Jedi-Ritter. Und er möchte sich jetzt einfach selbst wieder beweisen, dass er zurück ist. Dass er immer noch Han Solo ist. Dass er es immer noch drauf hat. Und seine simple Idee davon ist einfach, er will sich Geld beschaffen. Und dafür reist er mit Leia und R2-D2 nach Tatooine. Denn er hat dann noch etwas Geld auf einem Bankkonto. Das ist ein alberner Aspekt, der... Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Da ist eine witzige Szene, wo er sich mit der Bankangestellten streitet. Denn sie sagt, das Konto wurde eingefroren, sie können nichts abheben, weil der Inhaber des Kontos eingefroren wurde. Es ist witzig, aber ich finde es gleichzeitig irgendwie zu albern. Aber jedenfalls wäre ein Hahn, damit der streitet und Leia wartet, wird R2-D2 von den Jawas entführt. Und er landet in einem der Sandcrawler. Ebenfalls dort Boba Fett. Boba Fett wurde nämlich vom Sarlacc ausgespuckt. Und dann von den Jawas entdeckt. Und die dachten, der ist entweder ein Droide oder ein Cyborg. Und haben ihn einfach in ihren Sandcrawler verfrachtet. Fett selbst hat einen Erinnerungsverlust. Und macht den ganzen Comic über quasi nix, außer halt da rumsitzen. Hahn und Leia nehmen dann die Verfolgung der Jawas auf, um R2-D2 zu retten. Und da kommen sie auch in Konflikt mit einigen Tusken. Und schließlich gerät der Sandcrawler außer Kontrolle und droht in den Sarlacc zu stürzen. Und Hahn holt R2-D2 raus. Und er versucht sogar, Boba Fett zu retten, weil er erkennt, er hat Amnesie und ist hilflos. Aber dann erhält Boba in letzter Sekunde seine Erinnerungen zurück und versucht, das Feuer auf Hahn zu eröffnen. Aber dann, schon zu spät, Hahn springt ab. Er, Leia und R2 sind sicher, aber der Sandcrawler mit Boba Fett an Bord landet erneut im Inneren des Sarlacc. Okay. Bevor ich darauf zu sprechen komme, was ich von dieser Story halte. Das Kontinuitätsproblem mit Boba. Das hier war offensichtlich auch witzig gemeint. Boba, der ja im Film, da haben sich Fans jahrelang drüber beschwert, ein cool wirkender Bösewicht wird albern erledigt im Film. Und Mary Jo Duffy, statt ihn ganz zurückzubringen und ihn noch cooler zu machen oder so, ihn weiter auszuarbeiten, wie das Expanded Universe später machen würde, sie dachte sich, okay, ich bring ihn zurück, um ihn dann einfach gleich nochmal zu erledigen. Einfach zum Spaß. Weil, warum nicht? Ich kann es irgendwo respektieren. Vor allem im Rückblick, denn ich mag Boba. Wir haben viele gute Boba Fett-Geschichten bekommen, nachdem er aus dem Sarlacc zurückkam. Aber wir haben auch Boba im Denningverse, in den Karen Travis Büchern, in Wächter der Macht und so. Und das hasse ich. Und über das Disney-Zeug müssen wir gar nicht reden. Also, ich respektiere das hier irgendwie. Das Problem ist, funktioniert das im Kanon. Weil Boba kam ja dann offiziell im Expanded Universe zurück, in das Dunkle Imperium, wo er dann erstmals wieder auf Han Solo traf. Die Antwort ist ganz ehrlich, naja, eigentlich schon. Er war im Sarlacc, kam raus aus dem Sarlacc und wurde dann halt einfach nochmal geschluckt und ist wieder rausgekommen. Es ist albern, sicher, und es gibt gewisse YouTuber, die sich auch drüber lustig machen, oh, Legend ist so dämlich, Boba Fett ist zweimal in den Sarlacc gefallen. Aber, mein Gott, von mir aus. Ich nehme auch an, hier war irgendwie noch ein Versuch drin, das Ganze thematisch zu verbinden mit der Tatsache, dass Han sich selbst wiederfinden will und sich selbst beweisen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich so funktioniert. Es ist eine unterhaltsame kleine Story, aber sie lässt mich einfach zwiegespalten zurück. Sie ist albern und witzig und das mag ich durchaus, aber gerade für die erste Story überhaupt nach die Rückkehr der Jedi-Ritter hätte ich mir ein kleines bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht. Würde ich ein toter Kehr zurück empfehlen? Absolut, wenn ihr ein Fan vom Expanded Universe seid, aber die Marvel-Comics sind nicht so auf eurem Radar. Das hier ist durchaus ein historisch wichtiger Comic, sag ich mal, aber wenn mir jemand sagt, die Story ist mir dann doch ein bisschen zu blöd, ein bisschen zu albern, kann ich auch verstehen. Wie gesagt, ich bin einfach nur zwiegespalten nach erneutem Lesen. Zuletzt möchte ich aber noch erwähnen, bevor ich es vergesse. Obwohl dieser Comic, wie ich gerade beschrieben habe, schon ziemlich albern ist, hat er eine ziemlich gute emotionale Szene, in der Han erstmals wieder, also nach die Rückkehr der Jedi-Ritter quasi am nächsten Tag, wer weiß, den Millennium-Falken betritt und er denkt überall das nach, was geschehen ist und er wird emotional und wird dann von Chewbacca getröstet und das haut rein, das funktioniert. Und es ist in einem Comic namens Yavas of Doom. Na gut, nach diesem Han und Leia-Abenteuer kommen wir das nächste Mal dann zu Ausgabe 82, welche sich hauptsächlich mit Luke beschäftigt. Diplomatie.